Was geht Gamer? Mein Name ist B.O.B. Willkommen zurück zur 11. Folge Warhammer 40k Space Marine. In der letzten Folge sind wir anfangs mit den Valkyries Richtung Forschungseinrichtung geflogen. Dabei wurden wir von fliegenden Orks mit Raketen auf dem Rücken angegriffen. Space Orks with a rocket on their back. Nach einer kurzen ungewollten Zwischenlandung erreichten wir dann auch endlich die Forschungseinrichtung. Auf dem Weg zum Eingang mussten wir erneut ein kleines Urkproblem feststellen, was denn dazu führte, dass wir uns für den Hintereingang durch den Wartungstunnel entschieden. Hol dir jetzt noch schnell nen Tee und ne Kuscheldecke. Bei den aktuellen Temperaturen genießt sich so das Video gleich viel besser. Versprochen. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay. Kommt ihr hinterher? Okay. So viele Optionen haben wir nicht. Hm. What can we expect inside, Inquisitor? Oh yes. Just a few defenses. What comprises a few, Inquisitor? Servo-Turrets mostly. Set to eliminate Orks. Set to eliminate anything. mit der Missfortune, um in ihrer Range zu移ern. Okay, also muss ich das ein Sneak-Mission oder was? Mein gut, ich gucke hier kommen wir halt rein, ja. Lockdown in effect. Hier drüben gibt's nix zu holen. Sentryguns ahead. Ich will nicht, wenn wir vor Ort sind, dass wir das kaputt machen. Weil wir ja nicht über den offiziellen Weg reingekommen sind. Geil. Hast du den Heavy Baller da oben drauf, würde ich auch nehmen, sonst nicht. Habe ich den, habe ich jetzt mit dem Sturmgewehr getauscht? Nö. Habe ich nie. Bleib mich schon bei dem Platz, aber ich bräuchte halt Ammo nicht tauschen. Auch Ammo. Ich kann mal gucken, ich würde gerne die Pistole wieder mitnehmen. Nein, das ist ein Blatt, also. Das ist ein Blatt, also. No way to move quickly with these guns everywhere. We need to shut them all down. I can do that from the central security room. Then that is where we are headed. Lockdown in effect. wo ist er da oben ist ja gott das ist meine ap wieder voll ist man stellt sich aus ich habe keine ahnung mehr Hallo! Shooting! Warum schießt der mich jetzt auf einmal ab? Den hab ich grad schon geschossen. Ich werd die ganze Zeit gestanden lockt immer wieder von den Dingern ne? Hab keine Ahnung mehr. Oder ich hätt gleich Sniper nehmen können. Egal. Machen wir es nochmal. Ne, die Urkorden die kriegt man ja hin aber den Rest schon kommt. Das kriegt man nicht hin. So. Die müssen erst ausfahren jedes Mal. Das heißt ich muss die erst triggern die Teile. So bisschen rüber laufen. Was ist der nächste da oben? Hier oben müssten einmal sein. Der wird jetzt hochkommen. Ich hab wirklich drauf geschossen. Keine Güte. Ja 10 Schuss über. Ammo? Ammo. Ja. Ich hab wieder mit dem Licht aufgeschossen. Na ja Gott. Auf geht's. Oh, er ist so chill. Oh, er ist so chill. Das ist bloß. Ja, das ist so. Das ist so. Ja. Wir gehen jetzt hin wo die Tür grün leuchtet. Von daher. Was nehmen sie hier auseinander? Orks. Okay. Ach, wer weiß, was die hier was die hier produzieren. Na dann, stellen wir um. Gut, und weiter. Granaten. Na dann. Hier können wir vorbeilaufen. Sieht aus wie gewollt. Ja, okay. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir hier langlaufen. Also, ich versuche zwischendurch zuzuhören, was hier so vor euch hinprabbelt, aber ich gucke schon ein bisschen, wo die grünen Lämpchen sind. Ich frage lieber nicht. Krakenboulder unlocked. Das ist der selbe Boltor, bloß noch mal ein krasser. Das heißt, wir fahren es nach ganz oben, um es dann ganz oben in die Luft zu sprengen, um den Planeten mitzunehmen. Richtig? Warum glaube ich, dass jetzt die Orks mittlerweile einen Weg hier reingefunden haben? Oder müssen wir alle die Turrets wegschießen? Wir müssen mal an der Turrets wegschießen. Das ist das nächste da oben. Das hier will nicht. Ich würde mal sagen, hier lang, weil hier ist offen, oder? Oh, hier. Die Orks sind in den Tempel. Ich habe mich nicht gehört. Ich habe mich in meine Konsol. Dann hat jemand mich in die Hände, hart von hinterher. Es war Transmechaniker Alaric. Wir hatten ein Org-Axe in seinem Chest. Er hat den Attacken für mich. Der Org war beserrt. Er hat mich geholfen, aber er hat mich geholfen. Er hat mich geholfen. Ach, come on. Er hat mich geholfen. Meine Güte. Hier oben. Durchschlagen. Einfach versprüchen. Noch mehr? Naja, dort bin ich nicht so full life. Sinus detected. Sinus detected? Das ist das Wissen wie Sinus. Ja, ich brauche die zu mir. Ich sollte ruhig mal drauf schießen auf die Gegner. Ich werde hier gerade gestandlockt. So schlimm blöd sind. Na dann. Weiter geht's, da kommt doch nichts da hoch. Ich werde die Tür erkennen, dass wir in die Böse sind. Aber die Tür, äh, Türme, die erkennen das nicht. Wir. Hier habe ich mal direkt zur Überzeugung. Wieder ein Arsgebarn jetzt. Hier geht's weiter. Sieht zumindest so aus. Weil hier ist ein grünes Lichtchen. also wir rennen eigentlich die ganze zeit nur labyrinth ja also sehr viel laufen türme 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 ich sehe da hinten sehe ich hier was ein mittlerweile nachgeladen ja ist noch genau der command room is beyond those doors so command room dort sieht aus wie eine große türen ziehe ich aus wie ein command room die Lichter sind rot wir laufen darauf und grünes Licht ist rotes Licht grünes Licht wir gehen zum grünen Licht okay das ist das okay ultimate upgrade ist okay sehr gut all the security measures will be down shortly captain im afraid they were the only thing keeping the orks outside however Aber du kannst den Weapon fangen? Ja. Wir sollten das schnell machen. Der Ort wird mit Orks gewöhnt. Natürlich. Sicherheitssystems verabschiedet. Verabschiedung. 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 Es kann doch nicht sein, dass wir so schnell drinnen sind. Die haben wir schon vor uns zurückgewordert. Huch! Dazwischen ist so ein komisches Vieh, was in die Luft geht. Let's go to the generator room. Was kann Go denn nach dem Händen? Verabschiedung! Verabschiedung. 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 Nur wenn du den Verabschiedung des Verabschieds verabschieden. Okay. Und ich sagte jetzt kommt der böse Ork. So ungefähr. Ne doch nicht. Ah, sehr gut, Kapitän. Dein Zeit für meine Macht ist endlich zu Ende. Okay. Verabschiedung. 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 Was musst du mir machen, Inquisitor? Verabschiedung. Verabschiedung, wenn du willst. Wo? In der Feuerzimmer. Verabschiedung, Ultramariner! Okay. Dann... Dann gehen wir in den Lift. Captain, you must hurry. The damned Orcs have cut the main conduits to the firing tower. You must reconnect the conduits, Captain, or we're facing an overload that will rip this planet apart. Understood. Okay. Ja, was so viel Oxide jetzt schon sind, ne? Also, wir könnten doch einfach gehen. Und dann jagen wir den Planeten in die Luft. Ah, ich wollte schon sagen, kommen wir irgendwann an, aber ja, wir kommen irgendwann an. Halt doch mal um. Cool. Inquisitor. The conduits are reconnected. Now, proceed to the main control panel. Hm, irgendwo was zum einsammeln? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Ich hab schon gedrückt. Okay, ich fülle mich nicht rüber. Okay, ich fülle mich nicht rüber. Oh, das ist schon auch voll offen. Das wollte ich nicht erplanen. Oh. 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 Danke, Trogen. Oh. 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 Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Spacemarine! Was das supposed to hurt? Chaos Demons! Du hast jetzt neue Freunde, Spacemarine! Ich bin nicht ganz sicher. Ja, dann gucken wir mal. Wir genießen. Inquisitor! Geh zurück! Geh zurück! Wie heroisch! Drogen! Geh zurück! Geh zurück! Ich habe dir gut geholfen, Herr Menrodel. Schmerz! 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 Aber es ist auf jeden Fall ein abtonischer Spacemarine, der sozusagen im Chaos verfallen ist, der sozusagen aus der Chaoswelt kommt. Für die, die jetzt keinen Plan haben. Die, die meine Monica machte alles, was ich wollte und mehr. Aber er hätte niemals aufzurelen können, kein dich. Kapten Titus. Dank an diese bravigen Spassmarine, wir haben durch diese Realität Die Götter ist ein Götter 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 Titus of the Ultramans And that of the War Which impressed my servant to no end Ah, you think the Inquisitor a traitor But Drogon has been dead since before you first met You have been used by my puppet Of flesh and bone Why ain't so easy to kill? The next part of the Space Marine Kampagne Kommt morgen Willst du das nicht verpassen? Einfach ein Abo da lassen Ich wünsch dir noch einen schönen Tag UB over and out